wir müssen uns nun anziehungsvollen anziehen aber alles klar okay Hallo meine Lieben Freunde, Willkommen zurück zu Galactics and Plus mit dem Tim und dem Yannick. Hallo. Du hast noch einen Eisenberg, hab ich das richtig gesehen, Tim? Ich bräuchte nämlich noch eins. Ach, hier ist das. Ich hab sogar noch vier. Ich hab schon wieder vier. Ne, ich mein, also einen Eisenbarren. Oh ja. Ach, den bräuch ich gar nicht. Loll, den bräuch ich doch gar nicht. Aber egal, also hier ist Eisen. Alles Eisen, was wir haben, irgendwie irgendwo rein. Kannst du mir mal diesen coolen Hammer geben? Kannst du mir mal vier zusammenklafen? Du musst hier gucken, die sind auch noch welche drin. Denn, äh, ups, kannst du mir den Hammer kurz drin? Ich hab dir doch den Hammer gegeben. Hammer? Ne, ich mein, ja nicht. Der hat den ist los. Ist aufgesammelt. Hör mal da rein. Ich wusste gar nicht, was du meinst. Das war voll verplant. Ja, so wie immer. Also, eine Kiste. Haben wir noch Holz? Ja. Zwei Stück Bräuchern. So, dann dürfte es ja eigentlich jetzt fertig sein. Ja. Ich fand es verneut. Geil. So. Dann dürfte ich ihn gerne haben. Muss ich jetzt hier raus Aus dem Iron Ore Sand noch Diese Iron Ore Muss ich daraus noch diese Iron Powdered Iron Ore machen Oder kann ich daraus schon Iron Ingrid machen Was hast du da jetzt? Sand oder Dust? Aus dem Sand Sand kannst du nochmal zu Dust machen Aber guck hier rein Hier sind auch noch Sachen drinnen Also wenn du mehr Sand Wenn du 5 Sand rausbekommen hast Kannst du auch noch Ah gut, hab ich Kannst du nämlich noch einen machen Ähm, so Ich wollte jetzt ein Ender I.O. Sterling Generator machen Also da muss ich Powdered Iron Ore machen Yoshi, wie mach ich noch so einen Trick Äh, so einen Oak Barrel Ähm, gib mal Jabba ein Unten in die Suchleiste Hast du einen Eisen ganz kurz, Tim, bitte Ah, okay Wir haben hier oben noch Ne, ist gut Äh, Yoshi Soll ich dieses Also dieses Sand Das soll ich jetzt nicht nochmal Doch, nochmal nochmal Heimmann Echt? Weil das nur mit Prozent Chance Okay Ne, da gibt es Welche Prozent Chance Dass du mehr rauskriest Weiß ich nicht Achso So Dann muss ich einmal noch kurz Was? Ja, 8 Ja Ich muss noch was beraten Hier, zack Bestückte von Ich habe mich geschütteln Und dann kann ich hier noch ein Dings machen Ich mache diese Oak Barrels unten hin Ja Mh Ja, unten haben wir den Produktionsrauma Mh Aber was soll man das jetzt unendlich oft machen Was? Daraus dann wieder powdert Äh, daraus wieder Iron Sand machen Ja Ja, genau Und dann wieder Dings Aber wir haben sogar hier noch Gravel Wir haben noch 20 Keys Die müssen auf jeden Fall da unten bauen Wenn ich das jetzt abbaut Dann kommt da Ach, die Barryman Warum wieder Wenn ich mal einmal cool Ohm, mit ihr Ohr, geil Ich baue die mal ab mit dem Hammer Den habe ich nicht Hast du jetzt Warte ich da Da hinten liegt ja Ja, das kannst du auch nicht mehr Oh Hast du daraus den Block wiederbekommen oder was? Ja Ja, die kannst du auch nicht mehr weitermachen Zack Also soll ich das Ja, warte, warte Ich gebe dir noch mal was Weil wir uns kurz Das muss ich also jetzt verbrennen Und daraus kriege ich dann Ja, genau Ach so Weil das hatte die gleiche Texte Das hat mich dann verwirrt Ich dachte, ich kriege dann wieder das Ganze rein Äh, Yoshi, was kann man hier noch reintun Damit man Erde kriegt? Wo? Ja, hier unten in diese Barrels Oakberry Äh, Saplings, Leaves, Du kannst z.B. mit einer Schere, kannst du die Leaves abbauen oder so Oh, kriege ich eine Schere? Oh, ich weiß ja, ob wir noch eine haben, Tim hat er eine Ja, wie hier ist noch eine? Hatte irgendwann eine, ja, aber ich habe die schon verbunden Ne, die ist haben wir noch Oh, die ist sogar noch voll gut Ich nehme hier eben die Öxt raus und mache hier den Baum wie kaputt Äh, ich brauche noch ein bisschen Holz Hat immer für euch noch Holz Ja, ich habe zwei Stacks Dann würde ich gerne haben Aber nur normales, also verarbeiten Ja, ja, nee, ist gut Brauche ich auch Okay Dankeschön Brauchst du nur 29? Ja Ja, brauche ich auch Golfisch immer So, zack Zwei Stück Oh scheiße, bei mir gibt es Essen So, warte, jetzt kriege ich den Baum Ja Natürlich sind wir jetzt ganz schlecht, ne? So, pass auf Komm mal mit runter Ich glaube, jetzt dürfte es mir soweit sein Ich muss weg, sorry Alles klar Dann sind wir jetzt noch einer weniger Wenn wir noch Tim und ich Dann werden wir das jetzt ja auch noch ein bisschen rocken, weißt du? Genau Okay, dann müssen wir das Speich jetzt einmal hier rüberlegen So, die den Dingern hier Das heißt, die müssen einen runter Zack Hier muss er ganz weg da hin Zack, zack Zack So, wenn ich da jetzt das rein tue Oh, funktioniert Funktioniert Aber das sind wir natürlich da jetzt nichts rausnehmen Ich bin nur angetrieben Ich bin nur angetrieben Ich bin nur angetrieben Ich habe einen mehr bekommen Ein Paul Also es ist echt eine 5%ige Chance, dass man ein mehr bekommt Ahja, geil Geil Als dass man nur Okay, jetzt dürfen wir hier 5 Ah, genau Es funktioniert, es funktioniert Es wird immer mehr Sehr gut Aber wenn jetzt natürlich die O hier reinkommt O können wir natürlich nicht verwerten Noch nicht Ich glaube, wir müssen noch so ein Anzieh Dings bauen Warte mal Warte mal Anzieh Dings Ah, alles klar Okay Wozu braucht er nochmal die Blätter zum Kompostieren? Ähm Ja, meine ich ja Ich meine ja Ja Hat er das denn liegen gestellt? Kompost Kompost Oder ist es unten Ist es kompostiert Ding unten? Ähm, weiß ich nicht Ja, doch, diesen unten Ja, 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 ja Gott, komplett hier Komplett verplant Oha Ähm Transfer Das ist Fair Warum natürlich auch erstmal noch Sand hätten wir einfach genommen Einer mit Können wir mal recht zwei davon machen Guckst du, die müssen antreiben Und dann bräuchte ich noch eine Kiste nebenbei noch Ähm, wollen wir mal ganz schnell Boah, der Mega-Brain-Lag Dirk O-O-O-Mann muss ich noch mal aufhören So, wenn die dann voll sind, was Daher sind Daher sind Es hat ja nicht die Schere mit rausgenommen Stimmt Das hat sich gemacht O-O-O-O-O-O-M-E-S-H-E-S-N-E-T-E-T-E-R Da hinten, hinten. Ach, das ist jetzt mit dem... Mhm, genau. So, zweimal. 16 Stück, das dürfte ja wohl ausreichen. Zwei Sauerstoffe werden eigentlich hier rein. Es wird zersetzt und daraus wird dann hier Wasserstoffen alles gemacht und es soll jetzt dann hier rein. Das scheint auch auszureichen. So, der braucht nicht. Doch. Oh, ein Stick direkt. Alles klar. Nice. So, das funktioniert jetzt erstmal. So, und hier hinten soll dann hoffentlich der Sauerstoff... Oh ja. Funktioniert tatsächlich jetzt der Sauerstoff drin? Nee. Alter. Jetzt mal. Oh. Sick, Alter. Nice. Broken Island. Das sieht richtig gut aus jetzt hier. Das dürfte jetzt erstmal laufen. Sehr schön. Jetzt haben wir eigentlich hier automatische Dinger hier. hier fünf Thumpen hier richtig platzieren. Zack. So. Ich pass rein. Hier kommt das ganze O durch. Dann haben wir kein O mehr. Dann haben wir O. Zack, O weg. H wieder. Oh, ich hab keinen Sauerstoff. Oh ja auch nicht. Das ist so gut. Wie viel Sauerstoff haben wir noch? Oh. Wir haben noch ordentlich. Oh. Wir haben noch einen. Ja, deswegen. Hier ist noch einer drinnen. Ein Kleinen haben wir noch. Dann bräuchten Kleinen. Dann bräuchten Kleinen. Müssen wir wieder aufladen. Ist nicht so gut. Ja. Ich glaube, wir könnten mal ein bisschen mehr von den Dingern vertragen. Ja, eigentlich müssen wir die ja nur aufladen. Das stimmt. Äh, ne, ne, nicht mal mehr von den. Oh, ich hab irgendwas ausgemacht, glaube ich. Irgendwann. Das funktioniert eigentlich momentan nur der eine. Weil der hier am O wieder mal reinfüllen ist. Ach, du meinst mehr von den Oxygen, also von den Sauerstoff. Ist gut, dass wir auch H2O haben. Das heißt, wir haben immer mehr H. Geht der andere jetzt auch mal an? Komm. Geh mal an da hinten. Weil für das, was ich nämlich dann noch haben will. Extra Utilities. Das Ding brauchen wir nämlich. Dafür brauchen wir Gold. Das können wir nicht machen. Ich hol mal hier ein Stack H raus. Ach, die H werden auch da jetzt einsortiert. Oh, dann muss ich das mal umbestellen. Das ist nämlich nicht der Sinn. Ist das auch sowas wie eine Crowey oder so? Und dann so... Query meinst du? Ja, man kann ja sogar eine Ender Query machen. Sobald ich weiß. Hm. Auch noch einen Tang. Also hier ist dann zur Not noch H drin, auf jeden Fall. In der Truhe. Die verballern das gar nicht schnell genug, ey. Ah, Strom, Junge. Strom! Haben wir jetzt erstmal was. Das wird dann später noch alles so verbinden, dass das dann ins Adern läuft. Also wir haben eigentlich jetzt unendlich viel Strom, weil das bepowert sich selber. Geil. Richtig geil. Hinten kommt H ohne Ende rein. Also wir haben auch ordentlich Nachschub. Geil. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, heißt, wir können uns dann mal gucken. Vielleicht können wir sogar noch andere Quests abschließen. Also hier sind wir jetzt fast... Da ist sie. Hier sind wir dann fast fertig. Müssen wir noch zwei Quests absolvieren. Schaltkreisfabrikator. Vielleicht können wir uns daran dann irgendwann mal setzen. I do all the work. Oh, hier haben wir noch Liquid Mover. Oh. 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 Gott. Wir haben es jetzt... Oh. Ah. Sick. Das ist richtig geil. Zack. Und raus. Wie kann man Ingets kompressen? Mit welchem? Kompressor. Mit dem normalen Kompressor. Ingets interior compressed. Ja. Wir brauchen einen normalen Kompressor. Ja. Okay, Gott. Warte, ich habe hier reinkriegen. Ey. Fuck die Wand an. Warum aber gar nicht. Jetzt irgendwann wird das Ding überlaufen. Aber dann haben wir dann zu viel. Ich habe zum Glück jetzt diese Beschleunigungsdinger bekommen, weil ich die Quests nochmal durchgeguckt habe. Heißt, die haben wir auch durch. Dann Hammerer können wir eventuell. Hammerer, Hammerer können wir bald mal bauen. Wenn wir das Ding kriegen. Internet. Blackhole Storage. Oh. Dimensional Chest. Alles klar. Das gibt es tatsächlich auch. Kann sein, dass man auch noch auf die Venus kann. Ja. Wir können glaube ich auch ganz viele Sachen. Okay, da müssen wir ordentlich was herstellen. Der Oxygen Compressor ist übrigens extrem teuer. Ich glaube ich nehme Reward back. Wir kriegen noch ein bisschen Holzkohle durch den Dings. Die goldene Mietze nehmen wir erstmal. So, die Holzkohle können wir dann für was anderes verwenden. Weil hier unten läuft ja jetzt alles. Kann ich die irgendwie zum Braten oder so verwenden. Naja. So, FE. Pack ich mal. Hier ist gar kein Platz. Oh, hier ist kein Platz. Zack. Auf jeden Fall dann irgendwann besser so noch sortieren. Das ist unten sortiert. Das kommt da rein. Wer ist das? Zack. Dann kann ich da rein. Dann kann man nur noch. Sternachse nur noch. Die können wir aber auch hier hinten hin tun. Ja. Heißt, wir können jetzt die Kohle für die Dings benutzen. Hier für die Baumfarm. Wahrscheinlich. Pack ich die mal da rein. Du bist auch nicht am Produzieren hier. Nice. Nieße. Bäh. Du. Du bist auch nicht am Produzieren von Erzen. Okay, voll. So. Das Ding ist voll. Aluminium. Zack. So. Wie sieht's hier aus? Zweimal Eisen. Einmal Kohle. Ein Diamant. Vier Kohle. Wir haben schon wieder einen Diamanten. Ich bin grad dabei. So einen neuen Kompressor zu bauen. Oder soll ich's eigentlich? Ein Kompressor brauchen wir auf jeden Fall für später auch noch. Also das ist gar keine schlechte Idee, dass du das jetzt machst. Ja. Dann wollen wir den Diamanten da das auch hier rüber. Mal gucken, was wir alles da rüber packen können. Was kommt da rüber? Hier. Zack. Eisen ohne Ende. Boah, ich will jetzt eigentlich noch gar nicht aufhören. Ich will eigentlich am liebsten noch eine machen. Oh Gott. Aber ich muss leider sagen, wir sind zu langsam am Ende angelangt. Ich mach nochmal kurz den Ohn Good Reward weg. Ach, hab ich die jetzt alle bekommen? Leu. Ähm. Wir brauchen mehr Platz. Ich hab grad ein bisschen was bekommen. Hier. Das hab ich gerade bekommen. Guck mal in die Kiste rein. Sechs Farben. Wow. War ein 1-0-1. So, hier nochmal schnell den Bruchstein machen. Cool Stone. Und dann würde ich sagen, fachschieben wir uns hier zu zweit von euch. Ähm. Wir sind gleich jetzt noch zu zweit hier. Weil die anderen beiden, beide haben gewagequitted. Die Noobs. Und ähm. Ja, heißt das Projekt geht jetzt zu zweit weiter? Okay. Genau. Ja. Das war nämlich, von Anfang an war das eigentlich schon der Plan. Also wir hatten eigentlich gar keinen Bock auf die anderen beiden. Nein. Und ähm. Ja. Also ne, dann. Jungs, falls ihr das hört, war das nur ein Scherz. Mhm. Wer hätt's gedacht? Oh mein Gott. Jungs, wie viele Questbücher haben wir denn? Da waren nur eins eigentlich. Aber jeder braucht eins. Aber die anderen dürften ja wohl ihre Questbücher machen. Ja, ich hab die da hingeworfen alle, dass sie mal die spawnen. Müssen wir mal ein bisschen warten, ne? Okay. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, wann wir die machen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn's euch nicht gefallen hat, gebt dann einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, was euch gut gefallen hat und was euch nicht so gut gefallen hat. Und was euch richtig gut gefallen hat, könnt dann. Abo da lassen wir uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.